Harry Styles ist mit 240 Millionen Euro Vermögen der reichste Brite unter 30 Jahren. Der frühere One Direction Star feiert auch Solo weltweit Erfolge. Seine Alben und Welttourneen haben ihm ein beeindruckendes Vermögen eingebracht. Auf der Rich List des UK Magazins Heat belegt er den ersten Platz. Seit der Pause von One Direction 2016 hat sich sein Vermögen vervielfacht. Damals besaß er rund 44 Millionen Euro. Auch Dua Lipa kann sich über ihr Vermögen freuen. Sie steht mit 125 Millionen Euro auf dem zweiten Platz. Dua und Harry setzen weiterhin die Maßstäbe für den britischen Pop, erklärt Talentmanagerin Dermot McNamara gegenüber The Sun. Der wahre Verdienst ist wahrscheinlich noch höher, dank der Macht ihrer Marken, fügt sie hinzu. Doch trotz des Erfolgs steht für Harry derzeit etwas anderes im Vordergrund. Vor wenigen Wochen verstarb sein ehemaliger Bandkollege Liam Payne nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels. Die Nachricht hat Fans und Freunde tief erschüttert. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram schreiben Louis Tomlinson, Zayn Malik, Neil Horan und Harry. Wir sind von der Nachricht von Liams Tod völlig erschüttert. Wir lieben dich, Liam. In einem eigenen Beitrag betont Harry, seine größte Freude war es, andere Menschen glücklich zu machen. Und es war eine Ehre, ihm dabei zur Seite zu stehen. Harry Styles und seine ehemaligen Bandkollegen trauern um einen engen Freund. Die Welt nimmt Abschied von einem talentierten Künstler. hat sich auf einer Ähre. girl de smith hofer von 2 bis von 다들